Und damit, was geht, was geht, was geht ab? Damit mal, wie könnt ihr mit einem neuen Video hier auf YouTube? Ich hoffe, für euch geht's gut. Ja, Leute, ich fange jetzt ein neues Format an, und zwar das Video endet, wenn. Schreibt gerne mir mal ein paar Tipps oder so rein, was ich dann als nächstes machen soll. Das Video endet, wenn. Sobald das Video endet, wenn ich den Buchstaben A verwende, oder ich dann irgendwas sage, wo das Buchstaben A mit verwendet wird oder so. Schreibt gerne mal unten rein, wie das nächste Video heißen soll. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich bin hier schon auf YouTube, und ich gucke einfach mal, ob ich irgendwie Clickbait oder so sehe. Weil das Video, dieses Video, als das Video endet, wenn ich Clickbait oder so sehe, dann gucke ich gerade mal. Beziehungsweise, das Video endet, wenn. Ja, wenn ich Clickbait sehe. Ich gucke einfach mal rum. Ähm... Gucken, ob ich... Hier ist schon auf der Startseite was finde. Ich gehe direkt mal drauf. Natürlich, Werbung wird natürlich den Leuten nicht gekönnt. Ich gehe direkt hier hin, zu diesem Video. Vielleicht ist das Clickbait verhanden, oder nicht? Na... V... Five. Also auch kein Clickbait. Ich weiß halt nur noch, ob das alles hier... ähm... Copyrightet ist, oder nicht. Ich gehe gerne mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das Clickbait oder so ist. Äh... Äh... Jetzt scroll ich einfach mal ein bisschen weiter nach unten. Gehen wir hier drauf. Auf... Auf dieses Video. Geistreise, Baby. Okay. Oh Mann. Wo finde ich am besten Clickbait? Ich glaube, es geht. Oh... Zerla. Jetzt bin ich wieder. Äh... Pfff. Ich bin halt einfach mal auf... Ich bin halt... Ich bin halt... Ich bin halt... G guess, wer war, wer hat mich nicht. Er ist ein Vrei. Ich bin, Günther, ich bin ein Kind. Das heißt, ich bin ein Kind. Es ist ein Kind und ein Kind. Esklich, d�st du glaubst und dankbar. Du bist aufgenommen, es ist ja schon off. Halt du ihm hier? Er macht noch vorhin fahrt. Kein Glückwunsch. Aber, danke, ich mach's durch ihm hier. Ey, diese Werbung, Alter. Eieieiei, warum springt er einfach um? Was ist denn das? Ey, ich muss mir die Werbung wieder angucken, weil ich auszusehen falsch draufgekommen bin. Hier. Jetzt hier in der Runde. Bitte. Das ist auf jeden Fall Clickbait, weil der startet nämlich nicht. Na gut, dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne rein, was ich erst nichts mache soll. Falls ihr Neu seid, abonnieren und die geile Glocke aktivieren. Vor allem die Nachrichten, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, macht das auch mit diesem Video.